Also, das können wir schon mal nicht kombinieren. Ich hätte gerne, richtig gerne Medi-Gids. Können wir das jetzt ausschließen? Könnten wir das vorher schon? Weiß ich gar nicht. An Empty Chess, wir waren doch noch irgendwo, hatten wir noch eine verschlossene Tour glaube ich. Soviel ich noch weiß. Und zwar wenn wir hier rüber gehen... Frau! Mach! Ich geh jetzt nochmal nach unten in diesen Raum. Da wo dieser Laser-Dings und so weiter. Ich glaube ich soll mich erst mit K&B treffen, soviel ich gehört hab. Aber ich probier jetzt erstmal was aus. Auch wenn's jetzt Zeit kostet. Hau ab, ey! I don't like you. You dirty bitch. Dirty bitch. Alles erschreckt mich. Alles erschreckt mich. Alter, und gerade weil ich die Lautstärke jetzt so hoch hab. Wenn's hier noch ein Viech auftaucht, dann krieg ich ein Ausraster. Auf einmal ist jetzt wieder Respawn-Zeit oder so. Ich bin doch schon so alt. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Wär echt nicht nett. Einfach spawne wie viel und dann immer so... Bang! Dass es so laut sein muss. Ich beschwärm jetzt nicht über das Spiel, aber... Die Leute freuen sich auf diesen Part. Also ihr freut euch auf diesen Part. Denk ich mal, wenn ihr den Scheiß mitbekommen habt jetzt hier. Ey, das ist nicht trivial. Wie unser Lehrer sagen würde. Vielleicht muss man da diesen Stein einfügen. Der sieht nämlich so aus, als ob man den hier reinpacken kann. Es sieht so aus, als ob es da reingehört. Ach, scheiße. Nein. Haben wir noch irgendwas bekommen? Äh, äh. Quatsch. Pff, ich probier jetzt auch noch die Statuen durch. Soll ich mal speichern? Ähm... Na, ich speichere jetzt einmal mal. Absicherung. Einfach mal zwischendurch. Ja, ist jetzt nicht das Spannendste zu speichern, aber... Tja. Ach Gott, ich bin immer noch unter Schock. Apkani Energy Stone. X-Sami9. X-Magical Apkani Stone. It shines within unreal light. Sieht ja auch geil aus. Soll ich auch haben. Ich kann es auch nicht kombinieren irgendwo mit. Oder? Ich bin mir nicht echt nicht sicher, ob ich jetzt alles durchprobiert hatte. Wenn ich es jetzt einfach noch mal hier mache, tut mir echt leid. Aber ich will auf Nummer sicher gehen. Nein. Und dann begehen wir uns jetzt nach oben. Äh, erst wollte ich hier nach Treppe hoch. Weil wir haben ja noch einen Schlüssel. Und ich will mal gucken, ob ich die Tour vielleicht öffnen kann. Weil ich glaube, die Tour haben wir nicht aufgemacht. Ich glaube, das war die einzige, die wir nicht aufgekriegt hatten. Ich bin mir da fast sicher. Ja. Just tight. Shut up by a chain. Äh, äh. Äh, äh. Schade. Hä? Warum ist sie denn verschlossen? Eigentlich dürfte die gar nicht verschlossen sein. Sie darf nicht. Wo gehen wir denn jetzt hin? So, um wieder zurück zu Karten? Wie? Haben wir einen Auftrag? Äh, haha. Notebook. Notizbüchlein. Cami gave me the stone disc. I gave him the seal I found. We are getting to act like a good team. So, unwichtige Sachen schreibt ihr auf. Es gibt wichtige Rest. Warte, hier war doch noch irgendwo eine Tür. Ah, die, die klingt auch nicht offen. Aber ich glaube, das Schloss, das sieht zu alt aus. Als dass ich da durch kann. Sealed up. Schade. Wäre ich gern durchgegangen. Irgendwas können wir doch bestimmt noch ausschließen. Irgendwo habe ich auch noch was gelesen. Ich habe viel zu viel gespoilert. Obwohl ich ja nur die Hälfte noch weiß von dem, was ich gespoilert habe. Von dem ich mich selber gespoilert habe. So. Irgendwie, weil ich total eben alles vergesse. Es war gerade noch ein Wunder, dass ich, ich habe das Datum ja kaum auf die Reihe gekriegt, wie ich gesehen habe. Also, krank. Hier hat man die Heizung eigentlich noch. Ein bisschen Glucks noch. So, da ist ein Tröpffeld. So hört sich's an. Oh Gott. Und wir sind so alleine hier. So verloren in dieser finsteren Gegend. Ganz allein. Ohne Freunde. Verlieben, verloren. Vergessen, verzeih'n. Verdammt war ich glücklich. Ich hör' jetzt ins Auf. Mit diesem Scheiß, denn das ist einfach nur Müll. Denn ich kann gar nicht singen. Ich probier's trotzdem. Ich hab' Angst, da durchzugehen. Ich geh' gleich nochmal hin. Jetzt hab' ich mich vorbereitet. Einfach nur, ich will wissen, was da ist. Okay. Hier war der andere Durchgang. Alles okay. Okay. Ja, schon gut. Ich will gar nicht mehr sehen. Danke. Freu' mich. Wenn das gleiche Zombies sind. Für mich sind das Zombies. Ende. Auch wenn jemand irgendwas anderes behauptet. Die Viecher sind so aus. Das sind Zombies. Ach komm. Oh ne, jetzt kommt draußen wieder das Vieh, oder? Da muss ich mich beeilen. Wenn sie durch die Tür gehen würde. Durch den Durchgang halt. Warum korrigier' ich mich eigentlich ständig selber? Ist doch egal. Ich kann doch einfach kacke labern. Oh. Oh, ist das laut im Ohr, ey. Ich darf nur erstmal wieder meinen Headside-Lizer stellen. Vielleicht ist das für eure Tonqualität besser, aber für meine Ohren, das ist Vergewaltigung. Ob man ja alles eigentlich für den Zuschauer macht. Oh, das hat echt weh. Gar nicht mehr schießen am besten. Ich hab wirklich keine Ahnung. Er hat... Was hab ich gesagt? Wir haben 6 Statuen. Wir sollen irgendwas damit anfangen. Ach, irgendwas trigger' ich schon. Und von jeder Seite gibt's einen neuen Blickwinkel. Ich weiß nicht, wie viele Bilder sind. Allein dieser Gang, das waren jetzt 6, 7 Bilder. Wenn gleich Mr. Lover Lover nochmal ankommt, dann gibt's aber Ärger. Mr. Lover Lover. Au. Ich hab's heute irgendwie mit dem Singen. Aber meine Stimme sowieso schon wieder kaputt ist. Er hat einen trockenen Mund. Ich will gern was trinken. Aber du musst jetzt extra in die Küche latschen. Und... Oh, ich hab mich jetzt schon wieder erschrocken. Ich dachte, da wär schon wieder einer, ey. Aber der muss doch langsam mal tot sein. Wir haben jetzt so viele Kugeln drin geballt. Er ist doch auch verschwunden, glaub ich, dieses Mal. Oder? Ich hab mich nicht verguckt. Glaub ich nicht. Es war weg. Das Vieh. Man hört sich jetzt so komisch an. Zwischendlich knackt das links und rechts vom Ton so her. Wo die grad hinter... Denk ich, da kommt irgendein Vieh wieder an. Das mit der Rückweg-Fans hätten sie auch ruhig einfach mal wieder wie gerade machen können. Einfach eine Szene einbauen. Hätte ich mir den ganzen Weg sparen können. Oh, leck. Warum? Ich hab doch gar keine Programme offen, oder? Ich überlege. Ich... Das ist... Fragen über Fragen. Bong. Oh, nee. Oh, nee, oder? Ey... Nee. ... ... ... Muss ich den ganzen Weg hier rüber zurücklaufen? Ich kam ja nicht hierher vom ersten Part. I can't get back up. Oh, Gott. Wo müssen wir denn jetzt hin, ey? Ich hab wieder keinen Plan. Ich will jetzt mein Licht... ... 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 dass dieses piepsen piepsen ich hoffe jetzt habe ich eine rückkopplung oder irgendwie so war dass das headset jetzt noch das aufnehmen was ich über meinen kopfhörern höre könnte sein weil es echt wirklich laut ist ouch irgendwo hatten wir noch eine tür die zu war glaube ich aber welche weiß ich nicht man weiß es nicht es ist du bleib dein rätsel und wir gehen hier hoch schnell los frau los 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 special marine trupps hier los angriff auf die feindlichen einheiten obwohl wir eigentlich ich wollte nicht auf telefon drücken ich wollte das hier machen wir sind fast tot schon wieder wir sind immer fast tot ich hatte wie viele folgen waren das jetzt drei oder war es schon mehr wo wir mal richtig schön gehealt waren und auf einmal nichts damit hielen alles alles im arisch schluck auf können wir die maschine vielleicht noch benutzen strange machine nein 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 du kommst hier nicht vorbei gandalf als extrem raucher gandalf raucht ja doch seine kleine pfeife klein pifke war jene tür vielleicht ich frage euch ständig ihr könnt auch antworten kommt man da vorher nicht schon wieder kommt man da fand ich auch schon durch was war denn hier und da was könnte das nur sein hallo fragen über fragen gibt es einen gott das war ein zitat von von stp stone leaf production das könnte man sogar kennen ist gar nicht so unbekannt von nicht so bekannt wie andere sind aber ja da können wir nicht lang können wir nicht strecken da können wir nichts machen und diese tür kommen wir nur in diese grube wieder rein in dieses moder grube mit dem crocodile mit crocodile landy oh my god let's go up the treppe and looking for was da oben ist do you want to climb the ladder yes we are going hoch the ladder the lighter looking on the arch from frau wie heißt sie noch elaine elaine catwreck elaine and going here to the machine and drücken someone auf knöpfe someone control panel oh control panel schade ich kann die zahlen auch nicht umstellen wie es mir scheint ich weiß was ich hier machen soll ich oh war ich hier oben schon ich hoffe mal von nicht tak 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 wie metronom oder wie wasser das in ein waschbänk tröpfelt leise melodien schleichen sich in meinem kopf oh 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 hier ist ein schalter ich erfahre ich ja noch gar nicht do you want to pull the lever yes ist dasselbe oder was scheint zu klemmen aber wo ist diese komische vorrichtung diese klappe ich weiß irgendwas müssen wir noch mit einer statu machen oder mit den statuen machen aber was keine ahnung ich sollte mir besser die komplettlösung angucken jetzt noch gemacht es gab irgendwo ein spiel wo irgendjemand sehr stark die komplettlösung genutzt hat ich weiß ob den namen von dem let's player vergessen und das spiel auch oder ich will es einfach nur nicht sagen weil es einer meiner lieblings let's player ist den klaue ich auch mal seine kekse unter jedem video ja ich habe auch meine lieblings let's player wie komme ich auch sonst dazu wow war das am lecken oh 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 da war es am leuchten leuchti das ist ein lichtschalter war das alles ja auch geil haben wir jetzt überall licht oh das sieht auch licht es ist so schön können wir jetzt vielleicht auch schade ich dachte jetzt nicht mehr bewegt ich weiß auch gar nicht was es öffnen soll ist es vielleicht das teleskop was es öffnet oder ist das nur ein planetarium ich dachte das wäre auch mit einer sternbasis so zusammen ich laber nur schluss fragt sie mich schon wieder wegen der leiter nein diesmal nicht aber wir haben hier unten jetzt licht oder was oder das ist unsere taschenlampe was knattert hier wirklich kann ich nichts an der maschine machen ja zweimal draufklicken brauchen wir es nicht und ich weiß wieder nicht wie spät es ist ich hoffe ich habe mindestens 30 minuten aufgenommen damit ich wenigstens ein bisschen content in die folge kriege habe ich ja jetzt kann keiner bestreiten äh leute haa und sichbare wände sind so schön ey hallo objekts wir sollten schlösser benutzen was sind dat auch sieht doch aus wie eine tür das ist doch nicht einfach eine nische oder fragen über fragen und ich frage zu viel so all day long und ich muss nicht wo ich hin muss und jeder Schritt ich mache ist nicht in die richtige Richtung ist impossibel impossibel kam jetzt irgendwas an richtigen content schon mal rüber außer das mit dem urzeit ja ok doch eigentlich schon so viel wir hatten sehr viele ähm Zwischensequenzen das war jetzt glaube ich die meiste Abfolge von Zwischensequenzen in kurzer Zeit oder die einzigste große Abfolge in kurzer Zeit an Zwischensequenzen das war ja echt schon übertrieben viel für die kleinsten Stücke wurde hier dann nochmal was reingehauen ich weiß gar nicht mehr was hier ist haben wir da hoch na dann brauchen wir da gar nicht lang wir haben ja unsere unsere unserer toa ja da 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 eigentlich ist das´n Horrorspiel man nicht das so hast du nicht gesehen und so und so und hier und so und so nein so denke ich das mal so ist das So. Einfach jetzt, weil ich's kann, denke ich. Ich mach hier einen Cut, direkt vor diesem Tor. Ich schätze mal, ich hab mir das eine halbe Stunde aufgenommen. Ich bin mir gar nicht sicher. Und sieg grad, dass es mal draußen regnet. Wuhu. Und... Ich überleg grad mal, wo ist meine Safestate-Taste auf dem... Die müsste es sein. Ja, ich hab schon gesafestatet. Ich bin euch schon einen Schritt voraus. Und dann sag ich mal, an dieser Stelle... Machen wir einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.